Im vorherigen Video habe ich über Haydn erzählt. Heute fühlte ich über Mozart erzählen, der 24 Jahre jünger als Haydn war. Also es ist ein bisschen jüngere Musik als letztes Mal. Mit 6 Jahren hörte ich zum ersten Mal Musik von Wolfgang Amadeus Mozart. Es war wie ein Wunder. In meinem ganzen kleinen Leben hatte ich noch nie sowas gehört. Die Musik ging weiter, selbst wenn ich die Augen zumachte. Ab da übte ich jeden Tag Mozart und das fühlte mir nicht langweilig. Ebenso wenig wie einem das Betrachten des Sternenhimmels langweilig werden kann. Wenn ich seine Musik höre, ist mir, als sei sie immer da gewesen, wie Natur. Mozart hat sie entdeckt und für uns einfach hörbar gemacht. Ich habe ein Beispiel von Mozart Klavierkonzert Nummer 21 C-Dur. Der Anfang des ersten Satzes wird wie ein leichtes Wechselspiel zweier sich neckender Stimmen. Achtet mal auf die drei Achsel und den langen Ton in der linken Hand. Gleich danach übernimmt die rechte Hand der Melodie. Sie steigt wie ein Vogel, der in den Himmel hineinfliegt, höher und höher. Man hat hier kaum Zeit zu atmen. Mozart gönnt uns keinen einzigen Moment des Verschnaufens. Als Kind war ich neugierig, lustig und unbeschwert. Das fand ich in seiner Musik wieder und das faszinierte mich. Noch heute begeistert mich sein Einfallsreichtum, seine Perfektion und seine Kunst der Überraschung. Es gibt eine E-Moll-Stelle, wo ich die E-Moll-Stelle schreibe. Ganz alleine die Melodie übernehme. Ganz einsam. Und die Endung ist so wunderbar. Es ist eigentlich so einfache Harmonie. Aber Mozart hat so geschrieben. Die sind wie Bosendor und deshalb hat man hier so kleine Schmerzen. Über eine Stelle möchte ich noch erzählen. Das ist eine wunderbare Stelle. Als ich das Konzert einstudiert habe, war mir diese Stelle nicht klar genug. Das ist ein G-Moll-Teil. Das fängt so an. Ich habe damals nicht verstanden, warum der G-Moll-Stelle in G-Moll-Stelle plötzlich und so lange Übergang geschrieben hat. Das geht weiter. Aber wenn wir an die nächste Stelle kommen, dann versteht man sofort. Und dann geht weiter. mit dieser Melodie und Orchester zusammen. Also es ist wunderschön. Und man weiß, warum der so große Übergang geschrieben hat. Und plötzlich ein G-Moll. Weil danach ein G-Dur-Tonat kommt. Ich habe so aufgeschrieben. Hier ist es, als ob ich wanderte und durch das Schilf unerwartete Himmel gesehen habe. Nun genießt ihr das Klavierkonzert von Mozart. Und dann geht's das Klavierkonzert von Mozart. Und dann verhebt sie dann einfacher. Wie kannst du weiß, warum der Science ist Wettbewerb? Und dann geht's mir weiter. Oder compensat Curtachman. Nein, gut, eine Laufel. Frau, gestern mit diesen Klavierkonzert. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020